Für die Genießer unter euch findet ihr am Hotel und Restaurant Schmachtendorf eine exklusive Speisekarte. Diese ist angelehnt an den sonst normalen Restaurantalltag. Von Barbecue-Rippchen bis hin zur saisonialen Gans bietet der Foodtruck eine Vielfalt an internationalen Gerichten. Zusätzlich zu den Klassikern wechselt das Wochenmenü. Gekocht wird in der Küche, abgeholt dann draußen am Truck, ganz nach dem Frische-Luft-Konzept. Bei Vorbestellungen per Telefon könnt ihr euer Essen ganz bequem am Hotel abholen. Wir wünschen guten Appetit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017